Das ZAK bietet ja eine ganze Reihe von Seminaren an. Wir bieten zum Beispiel Seminare an im Bereich Brandschutzhelfer. Wir bilden Brandschutzhelfer aus. Wir bilden aber auch Sicherheitsbeauftragte aus, Landehelfer für Hubschrauber-Landeplätze, zum Beispiel in unseren Krankenhäusern. Wir bilden Mitarbeiter aus im Umgang mit Zytostatika. Wir haben auch noch im Angebot zum Beispiel die befähigte Person für die Prüfung von Leitern und Kleingerüsten, heißt das ja. Wir bieten die Seminare zum Teil in unseren Räumen in der Zentrale in St. Georg an. Wir können aber auch Seminare bei unseren Kunden anbieten. Die Organisation der Seminare sieht so aus, dass sich unsere Kunden an uns wenden und das Seminar, was sie möchten, anfragen. Sie erhalten dann von uns ein Angebot. Einzelteilnehmer können sich über unsere Webseite online für die Seminare anmelden. Das ZAK hat ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem. Das ZAK ist auch mittlerweile rezertifiziert worden. Und innerhalb dieses Qualitätsmanagementsystems stellen wir sicher, dass unsere Referenten zum einen grundqualifiziert sind, um diese ganzen Seminare durchführen zu können und auch regelmäßig fortgebildet werden. Unsere Mitarbeiter sind alle Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Die meisten sind auch ausgebildet als Brandschutzbeauftragte. Einige sind ausgebildet als Abfallbeauftragte. Wir haben Chemiker unter unseren Kollegen. Wir haben Fachplaner für vorbeugenden Brandschutz. Also wir haben im Prinzip in unserem Kollegium, wenn sie so wollen, die geballte Kompetenz.